So, da hatte ich einen Vorschirmhals. Äh, Kehr! Gar nicht gut gewesen. Okay, den muss ich so abschlagen. So, tue jetzt aufpassen, dass ich jetzt hier nichts ausschlage. Ach, da ist ja, stimmt, da war ein Elevator in dem Raum. Und ich hatte eigentlich vorher noch vorgehabt, ähm... ...den Fahrstuhl zu nutzen. Beziehungsweise auf beiden Seiten Fäscherplätze. Aber das erledigt sich ja gerade. Ich brauche ihn ja nicht mehr. Ich frage mich gerade, wie viele Strangplätze ich noch oben habe. Alter, ich hasse das mit dem Lexus ja nicht. 18 von 32. Weiß nicht. Ne, das kann ich nicht verantworten. Ich muss hier eine neue Leitung legen. Aber welche? Ich muss hier eine Farbe nehmen, die nicht mit dem connectet. Uh, das war jetzt gar nicht geil hier. Oh, Mr. Skelett. Boah, jetzt ist es ja... Ist das echt so? Das ist ein bisschen abartig, ne? Marble mit Latsch, denn sauber. Haben wir noch genug? Können wir das gleich hier verköften? Stopp, 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 rückzug. Äh... Vielleicht tun wir ihm die Taschen auffüllen. Falscher Rucksack. Ich habe keine, ähm... Keine normalen Blöcke. Die brauche ich noch. Und ich bräuchte vielleicht eine Fused Glass, will ich nicht haben. Ich möchte, ähm... Glas. Okay, da haben wir noch ein bisschen... Enlighted Glass. Will ich gerne noch craften etwas. Da müsste das hier eins von denen sein. Enlighted Glass. Aber ich... Kann nicht Gloucester machen, okay. Gloucester ein Stick. Kann ich das in den reintun? Okay, ich brauche eins zu vier. Okay, dann brauchen wir noch, äh... Gloucester ein. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Dann hole ich mir noch Glas raus. So, eins, zwei, drei. So, dann macht er auch noch ein bisschen Enlighted Glass. Schauen wir mal, ob ich die Coverstrukturen habe. Die Turbine da hinten, die läuft immer noch flüssig. Die rattert auch die ganze Zeit durch. Unten ist ja noch die zweite. Die verbesserte Turbine. Die sollte ich auch noch verbessern, aber dafür ist der Energiespeicher noch zu. Ja, er ist voll genug. Also ich könnte da, glaube ich, ein, zwei Tage locker ohne Strom auskommen, den ich produziere. Aber das brauche ich ja nicht. Ich habe ja den, äh, das alles so gemacht, dass es ja eigentlich optimal läuft in der Zeit. Ich habe ja, wie gesagt, wenn der Strom im Generator ausläuft und ich keinen Strom mehr habe, dann wird es eng. Also das Hauptproblem meinerseits wert ist, wenn ich keinen Strom mehr habe, dann muss ich nur was umschalten, dass es jetzt sozusagen, oh Mist, sozusagen sagt, ähm, nimm den Strom aus der Kugel raus. Und, wenn ich nichts mehr habe, 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 im System. Das fehlt uns auch noch. Aber wie gesagt, das Automatisieren der Festplatten ist gerade so auch eine wichtige Sache, damit ich sagen kann, jung, ich brauche auch Festplatten, mir fehlen wieder 64k oder so. Ich glaube, die Starken, wenn ich 64k haben will, dann mache ich noch ein paar größere. Aber es reicht ja auch, wenn ich bis 64 machen kann, diese Zellen. Und dann sage ich noch, äh, mach mir noch, daraus noch Stowages. Und den Rest mache ich dann selber, wenn ich eine Nummer größer haben will. So, jetzt müsste der sich da entleeren. Sage ich aber hier. Dankeschön fürs Abcovern. Oh, keine mehr. Muss ja auch nicht perfekt aussehen da drin. Nimmst du raus? Ja, okay. Gehen alle ins System. Da können wir später rum. Jetzt gehen wir noch wieder hier rüber. An unsere neue Baustelle. Zack. Ja, ist da noch ein Mülleimer. Dann sieht das hier auch gut aus. Da habe ich noch von dem Blöcken welche. Folter Rucksack, hier habe ich noch. Ah, ich brauche noch mehr. Da komme ich nicht mehr raus. So. Dann machen wir uns das hier mal als kleinen Werksraum raus. Ist natürlich dann so gehalten, dass der nicht sichtbar ist, aber ist ja egal. Vielleicht mache ich doch ein paar Fenster rein und eine Tür. Wie unten, aber da muss ich mir noch gucken. Müssen wir mal alles schauen, wie das so werden soll. Hier mache ich mal dennoch die Wand rein. Ich mache das jetzt mit dem Hammer hier. Fackeln habe ich noch. Selbst im Endeffekt kann hier auch nichts bohren drin. Habe ich noch das Produkt dabei? Habe ich noch. Können wir hier noch zu machen gerade mal eben. Ja, ich muss jetzt erst bauen, bevor ich Fensterschein rein mache. Damit ich weiß, wo alles hin muss. Können wir hier noch ein Lied weitermachen? Das mag ich gerade nicht so. Ich habe die Lieder auch nicht sortiert. Wie gesagt, ich haue die Lieder einfach drauf. Dann lasse ich das wirken. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Wir brauchen jetzt Quaibe. Wir brauchen für jede Festplatte einen. Habe ich noch diese... Heißen die Prince? Na, wie heißen die denn? Äh, Logic. Logic habe ich. Ähm, wer ist denn die Dinger? Haben die... Ach, Press. Genau, wir brauchen eine... Eine Press davon. Wir haben jetzt einen Scriber Engineering Press. Eine Calculated Press. Eine Silikonpresse. Und eine Logic. Wir haben alle vier Stück. Und die Sache ist... Ähm... Was ist das denn hier? Eine Fruchtpresse. Was kann die machen? Wollte ich die mal bauen? Äh, extra Trees. Das heißt, sie kann eigentlich aus irgendwas Frucht und Saft machen. Möchte ich jetzt behaupten. Ich würde jetzt gerne immer craften. Gefällt mir gerade. Aber... Aber... Erstmal hier quietschen hier im Stuhl. Guck mal her. Guck mal her. Lass grad mal anschauen hier. Äh... Äh... The person gives him his food choose. The person gives him his food choose. So he will power to win. Okay. No items, no food. Äh... Own a Flash shooter. To activate two tips hold down the cup key. und dem Mauscontrollers Accept Foods Okay, hier ist der Juice Tank und hier ist die Gucken wir uns mal beim nächsten Mal an Definitiv, vielleicht kann ich das drüben gebrauchen Okay, da sind wieder komische Pixel Beziehungsweise beim Abbau ein bisschen komisch gewesen Halbautomatische Festplatten, genau Das wollte ich ja vollautomatisieren Moment Kann ich nicht Eine Kiste unten hinsetzen Dem sagen Pumpt das rein Ne, kann ich nicht Ich brauche Interfaces Kann ich Silikon Kann ich das nur über die Presse holen Ich brauche das für jeden Gut, er kann das separat stellen Ich habe ja viel Muss es ja eh separat herstellen Interface Da brauche ich Fünf Stück Weil ich In den letzten Jahr Alles rein filmen muss Inscriber Oder so inscriber Bin im falschen Menü Da Ich bin auf